Hallo und herzlich willkommen in meinem nächsten Guide. Heute möchte ich gerne über Ornamente sprechen. Hier habe ich auch schon ein paar vorbereitet. Da sind natürlich nur Kisten, aber da drinnen finden wir Ornamente. Es gibt natürlich unterschiedliche. Und wir sprechen erstmal darüber, was Ornamente sind. Wenn wir das Charaktermenü aufmachen, finden wir hier an der Stelle so ein Stern. Also ein neues Feld, wo man praktisch etwas reinlegen könnte. Fast wie die Kleidung, aber das geht da natürlich nicht rein, weil jede Kleidung hat ihren eigenen Platz. Und hier kommen tatsächlich dann die Ornamente rein. Nehmen wir uns das hier zum Beispiel und packen das da rein. Was sind denn jetzt Ornamente? Ornamente sind ein weiterer Gegenstand, der uns unterschiedliche Boni bringen kann. Wir können uns das einfach mal anschauen. Es gibt hier zum Beispiel eine Feenkiste. Die beschwört einen Feenbegleiter der Stufe 2 in dem Fall, der dich in Kampfsituationen heilt. Es gibt hier von Stufe 1 bis Stufe 5. Wir werden uns später anschauen, was das bedeutet. Dann gibt es hier die Basilisk-Pfote. Die macht uns den Mund gegen Schwächungen, also gegen alle Schwächungen. Dann gibt es hier magisches Haargel. Dein Haar schimmert in allen Farben einer prismatischen Scherbe. Gucken wir uns das auch später an. Was haben wir hier? Hier haben wir unterschiedliche Froscheier. Die unterscheiden sich tatsächlich in der Farbe, welches der Frosch hat. Und im Endeffekt beschwört einen hungrigen Froschbegleiter herbei. So gehen wir weiter. Hier haben wir den goldenen Sporn. Der goldene Sporn gibt uns einen Geschwindigkeitsschub, falls wir einen kritischen Treffer landen. In dem Fall haben wir am schlechtesten 5 Sekunden Geschwindigkeitsschub und im besten Fall 10 Sekunden Geschwindigkeitsschub. Als nächstes haben wir den Eisstab. Dieser schießt in diesem Fall alle 4,3 Sekunden eine Eiskugel ab, die alle Gegner in ihrem Weg für 2 Sekunden einfriert. Die Eisstäbe unterscheiden sich in zwei Sachen. Zum einen, wie oft der eine Eiskugel abschießt. Also hier 4,3, 3 Sekunden, 5 Sekunden. Und der zweite Parameter ist für wie lange die Monster entsprechend eingefroren werden. Und dann haben wir hier noch eine perfekte Variante. Das heißt hier ist die Kombination aus beiden Werten die beste. Also alle 3 Sekunden abschießen und für 4 Sekunden einfrieren. Aber die normalen Schriebe haben nie die beste Kombination, sondern es ist immer irgendwas schlechter. Das nächste ist das Papagei-Ei und dieses gibt es in 4 Stufen. Das beschwört im Endeffekt einen Papagei-Begleiter, der Stufe X, also in dem Fall Stufe 1, der dir eine niedrige Chance gewährt Goldmünzen zu finden, wenn du Monster erschlägst. Und mit jeder Stufe ändert sich im Endeffekt die Chance. Hier ist es schon mittlerer, hier ist es eine hohe Chance und hier eine sehr hohe Chance bei Stufe 4. So und als letztes haben wir einen Magieköcher. Die Magieköcher schießen alle x Sekunden einen magischen Pfeil ab auf Gegner und verursachen dann entsprechend auch unterschiedliche Schaden. Den habe ich jetzt rausgenommen. So jetzt haben wir hier unterschiedliche Varianten. Einmal Zauberköcher, das sind die normalen. Dann haben wir den schweren Köcher, die verursachen sehr viel Schaden. Sind aber etwas langsamer als zum Beispiel der rasche Köder. Die Köder sind halt sehr schnell, aber verursachen entsprechend weniger Schaden. Wenn wir uns das jetzt genau anschauen, ich ordne das jetzt mal wieder. Rascher Köder, normaler Köder und schwerer Köder. Äh, Köder, Köcher, nicht Köder. So, jetzt haben wir zum Beispiel der rasche Magieköcher schießt am schnellsten natürlich. Und der Zauberköcher schießt so irgendwas zwischen dem schweren Magieköcher und dem schnellen. Sagen wir es mal so mittlere Schussrate. Bei dem Schaden ist es auch entsprechend. Bei dem raschen ist der Schaden ziemlich klein. Beim normalen Zauberköcher Mitte. Und beim schweren Magieköcher viel Schaden. So, dann gibt es hier auch nochmal eine perfekte Variante. Diese schießt schneller als der normale, langsamer als der rasche. Aber verursacht dementsprechend auch viel Schaden. Zwar unter dem schweren Magieköcher, aber über dem normalen Zauberköcher. Man hat also das beste Verhältnis zwischen der Schussrate und dem Schaden, der verursacht wird. Das schauen wir uns auch später an. Jetzt müssten wir uns mal anschauen, wie man sie freischaltet. Die sind nämlich nicht von Anfang an da, sondern müssen erst freigeschaltet werden. Und dazu muss ich erstmal kurz irgendwo hinlaufen. So, jetzt sind wir schon auch angekommen. Und zwar müssen wir hier reingehen. Das ist die sogenannte Meisterungshöhle. Und hier können wir entsprechend fünf Verbesserungen für unsere Fähigkeiten auswählen. Beziehungsweise jeweils eine Verbesserung natürlich für jede Fähigkeit. Also ich spreche jetzt über die Fähigkeiten hier. Hofarbeit, Minenarbeit, Sammeln, Fischen und Kampf. Wenn wir die nämlich auf Stufe 10 gezogen haben alle, können wir dann die Meisterung freischalten. Für die Meisterung, da gibt es fünf Stufen. Und für jede Stufe muss eine unterschiedliche Anzahl an Erfahrungen gesammelt werden. Für die Meisterung zählt aber alles an Erfahrung rein. Das heißt vom Kampf, vom Fischen, vom Sammeln, vom Minenarbeit und von Hofarbeit. Das heißt egal was ihr macht. Die Erfahrung, die ihr in den einzelnen Fähigkeiten sammeln würdet, würde jetzt hier reingehen. So, wir brauchen aber natürlich nicht unbedingt die Stufe 5, um die Ornamente freizuschalten. Sondern wir müssen nur das hier, die Meisterung des Kampfes freischalten. Da sehen wir nämlich als letzten Punkt, dass diese einen neuen Ausrüstungsplatz für die Ornamente freischaltet. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und die Ornamente können natürlich gefunden werden. Wir bekommen noch zusätzlich ein Rezept für den Amboss. Und der ermöglicht es uns, Ornamente neu zu rollen. In Anführungszeichen. Das heißt im Endeffekt haben wir ein Ornament. Zum Beispiel die Ferienkiste mit Stufe 1 können wir versuchen neu zu rollen. Und die bekommt dann zum Beispiel Stufe 2, 3. Aber auch natürlich kann wieder eine 1 werden. Wo bekommen wir denn die Ornamente aber her? Die können ganz einfach in der Schälhöhle oder auch in den Minen gefunden werden. Und zwar können diese von Monstern fallen gelassen werden. Aber auch in unterschiedlichen Kisten oder Fässern gefunden werden. So, jetzt würde ich gerne wieder zurück gehen zu unseren Ornamenten. Und diese anfangen uns anzuschauen. So, jetzt bin ich zurück bei den Ornamenten angekommen. Ich würde mal sagen, die Basilisk-Pfote muss sich nicht unbedingt beschreiben. Die sagt ja schon alles aus. Man ist halt einfach gegen Schwächungen im Mund. Ich würde jetzt aber mit dem magischen Hagel anfangen. Das nehmen wir uns mal einfach und packen das da rein. Wir sehen da natürlich nichts, weil ich einen Ritterhelm an habe. Aber wenn ich den ausziehe, sehen wir, dass die Haare einfach immer wieder die Farbe wechseln. Mehr macht es auch nicht, aber ist schon ziemlich cool, finde ich. Dann würde ich als nächstes zu den Fröschen kommen. Und zwar nehme ich mir die einfach mal alle raus. Stelle mich am besten hier hin, wo viel Platz ist, damit wir das auch schön sehen. Und packen erstmal Blau-Grünes mit rein. Und da sehen wir einen kleinen Frosch. Der folgt uns auch und hat die entsprechend blau-grüne Farbe. Dann wechseln wir zu dem braunen Frosch-Ei. Da sehen wir, der wird braun. Dann der nächste, mein blaues Frosch-Ei. Der ist blau geworden. Dann gelb. Der ist gelb geworden. Entsprechend. Was haben wir hier? Der wird rot. Dann zu grün. Der ist einfach grün. Dann zum prismatischen Frosch-Ei. Der ist ziemlich cool, aber auch natürlich am seltensten. Der wechselt nämlich immer wieder die Farben. Da sieht man es. Und dann haben wir leeres Frosch-Ei. Der ist, ja, irgendwie grau mit einem kleinen roten Punkt um die Augen. Und ein bisschen größer als die anderen tatsächlich. Weil die anderen sind ein bisschen kleiner. Die Frösche unterscheiden sich aber nicht wirklich. Bzw. die unterscheiden sich gar nicht. Außer die Farbe. Das, was sie machen, ist aber immer wieder das gleiche. Und dazu müssten wir aber erstmal in die Minen gehen. Das würde ich aber erstmal nicht machen. Und zwar würde ich erstmal die Rosch-Eier alle ablegen. Und erstmal den leeren da lassen, den ich habe. Und weiterhin würde ich dann auch erstmal alle anderen Ornamente mitnehmen. Weil die kann ich auch in den Minen bzw. Schädelhöhlen zeigen. Hier würde ich einfach das hier nehmen. Weil das sich nur in der Sekundenanzahl unterscheidet. Hier würde ich tatsächlich auch nur einen perfekten Eisstab nehmen. Weil das andere, kann man sich denken, das unterscheidet sich halt wie oft es schießt. Und wie viel eingefroren wird. Bei den Papageieiern muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Und zwar, je nachdem wie viel man insgesamt schon verdient hat im Spiel, kann man unterschiedliche Stufen finden. Und zwar, die erste kann man ab 0 Gold finden. Die zweite Stufe ab 750.000 Gold. Die dritte Stufe ab 1,5 Millionen. Und die letzte Stufe ab 2,25 Millionen. Das heißt, hat man weniger verdient, hat man nur die Chance entsprechend, die jeweilige Stufe zu finden. Ich würde jetzt einfach mal Stufe 4 mitnehmen. Da sehen wir uns mal an, wie viele Goldmünzen fallen gelassen werden. Hängt im Endeffekt von der Stufe ab. Das heißt, wenn ein Monster eine Goldmünze fallen lässt, gibt es nochmal eine Chance praktisch, noch eine weitere oder noch eine weitere zu bekommen. Und jede Münze ist 250 Gold wert. Welches Monster, wo man das im Endeffekt findet oder Glück oder andere Items wie Ringe, haben darauf keinen Einfluss. Das heißt, es hängt wirklich nur von dem Papageiei ab, was man da bekommt. Als letztes würde ich mir noch einen Magiekircher mit rausnehmen. Und ich glaube, ich wähle hier einfach mal einen perfekten aus. Es gibt hier noch was zu der Feenkiste zu erzählen. Und zwar abhängig von der Stufe, die die Kiste hat, bzw. damit auch die Fee, heilt sie öfter und auch besser. Bei der Stufe 1 heilt sie alle 4,7 Sekunden mit 80%. Und bei der Stufe 5 sind es 3,5 Sekunden mit 120%. Wie viel im Endeffekt geheilt wird, hängt davon ab, wie viel man Schaden verursacht hat an einem Monster. Und dann gibt es halt eine Formel, das würde ich jetzt aber nicht genau ausrechnen, sondern man muss nur wissen, je höher der Stufe, desto besser halt die entsprechende Fee auch. So, jetzt würde ich damit in die Minen gehen. So, in den Minen angekommen, würde ich jetzt einfach auf Stufe 5 gehen, bzw. auf Ebene 5 und uns anschauen, was der Frosch macht. Und zwar, wenn wir jetzt einem Monster entgegenlaufen, na komm Froschi, versucht er das Monster zu essen. So, jetzt hat er den gefressen, wird ziemlich dick. Und dann hat er das Monster entsprechend irgendwann verdaut. Das einzige, was man hier auch nochmal beachten muss, ist, dass die Monster, die geschluckt werden, keine Gegenstände droppen. Wollt ihr also unbedingt irgendwie Gegenstände aus Monstern haben, solltet ihr den Frosch nicht mitnehmen, weil der frisst sie auf und es werden keine Gegenstände fallen gelassen. Können wir weiter aufs nächste wechseln, und zwar legen wir das hier hin. So, als nächstes würde ich die Feenkiste nutzen, das legen wir dann hier hin und ich würde jetzt einfach mal Stufe 1 nehmen. Jetzt müsste ich mich mal verletzen lassen. Würde ich so machen. Also jetzt habe ich ein bisschen Leben verloren, sieht man hier. Die Schleime machen mir keinen Schaden, aber das ist auch ganz gut, dann kann ich den hier platt machen. Und jetzt wurde ich für 3 HP geheilt. Das ist natürlich nicht sehr viel, aber wie gesagt, entsprechend der Stufe halte ich viel besser. Jetzt wechsle ich mal auf Stufe 5. Jetzt müsste ich aber auch auf eine andere Ebene gehen, damit ich überhaupt Monster habe, die mir schaden und die ich platt machen kann. Jetzt würde ich das hier platt machen und werde für 7 Leben geheilt. Jetzt machen wir das nochmal. Jetzt wurde 4. Nochmal 4. So, 10. Ja, das haben wir halt gesehen. Im Endeffekt machen die anderen Fehl das Gleiche. So, kritische Treffer geben für 10 Sekunden Geschwindigkeitsschub. Jetzt ist halt die Frage, ob ich irgendwann einen kritischen Treffer lande. Na, da haben wir übrigens einen Eisstab bekommen. So findet man die Teile. So, jetzt habe ich schon ein bisschen gebraucht, um den Buff zu bekommen. Aber hier sehen wir, plus 1 Geschwindigkeit für 10 Sekunden entsprechend. Ist jetzt nicht sonderlich viel, aber immerhin kann man, wenn man Lust hat, drauf benutzen. Weiter geht's. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Mist dazu bekommen. Jetzt würde ich das gerne alles wegschmeißen. Den hier ablegen und den Eisstab nehmen. Jetzt muss ich aber wieder die Ebene wechseln. Da sind wir entsprechend auf einer Eis-Ebene. Passt zu dem Eisstab. Und jetzt sehen wir, dass der geschossen hat. So, jetzt haben wir uns hier irgendwie gegenseitig eingefroren. Jetzt kann ich das Ding irgendwie nicht platt machen. So, jetzt geht's. Wunderbar. Ja, und im Endeffekt macht der Eisstab genau das. Er friert einfach alles mögliche ein. Das Gute ist vor allem bei fliegenden Gegnern, weil sie dann nicht fliegen können, nicht wegfliegen können. Also in den Schädelhöhlen, wo viele Schlangen sind oder im Vulkan, wo diese ganzen Feuer rumfliegen, bietet sich das an. So, das haben wir uns angeschaut und jetzt würde ich den Magieköcher mit reinpacken. So, jetzt gucken wir uns das an. Da haben wir gesehen, Pfeile. Es fliegen ziemlich viele Pfeile rum. Bei dem perfekten Magieköcher, weil der auch ziemlich schnell ist. Verursachen auch ganz ordentlich Schaden. Also so als Zusatzschadensquelle gar nicht mal so schlecht, würde ich behaupten. So, ah, da sehen wir übrigens auch, wir können so die ganzen Krabben entdecken, die sich unter Steinchen verstecken. Beziehungsweise unter Erz. So, da kommen Krabben. Achso, ich habe wahrscheinlich keinen Platz, deswegen springt ihr da rum. Gut, kann sie gerne machen. Wir laufen erstmal weiter. Und zwar noch das Papageiei ausprobieren. Dazu gehen wir wieder zunächst neben, da fliegt auch ein Papagei hinterher. So, da haben wir ein paar bekommen. 250, das war Eis. Das war eine Münze. Wir werden aber ein paar mehr sehen als nur eine. Eigentlich müsste die Chance sehr hoch sein, Münzen zu bekommen. Hier kann man abschätzen, wie oft man Münzen bekommen würde mit einer geringeren Chance oder mittleren. Wenn bei sehr hoch die Münzen nicht so oft kommen. Aber das sollte eigentlich ausreichen. So, jetzt haben wir schon wieder zwei Münzen bekommen. 500 Gold. Also es kann sich durchaus lohnen, das Ding mitzunehmen, weil man bekommt immer wieder zusätzlich Gold in der Mine oder in den Schädelhöhlen. Und dann könnte man dadurch sein Einkommen ein bisschen aufbessern, wenn man in den Schädelhöhlen ist oder in den Minen. Irgendwelche Quests oder irgendwelche Sachen farmen. So, ich würde mich wieder zurück teleportieren. Es gibt nämlich noch eine Sache, über die man sprechen kann. Und zwar gibt es noch das Amboss, was ich gerne zeigen würde. Ich würde dazu die Feenkisten hier hin bewegen und das dahin. Jetzt haben wir hier die Feenkiste Stufe 5. Wenn wir die jetzt hier reinpacken, dafür brauchen wir übrigens jeweils jedes Mal drei Iridium Waren. Das heißt, es kann ein bisschen kosten, wenn man Sachen verbessert. Jetzt haben wir gesehen, von Stufe 2 sind wir von Stufe 5 auf Stufe 2 zurückgegangen. So, jetzt sind wir immer noch auf Stufe 2. Das kann sich hier mal wieder wachholen. Das ist immer Zufall, was man da bekommt. Immer noch Stufe 2. Da haben wir ja richtig Pech gehabt, zweimal hintereinander die gleiche Stufe zu erwischen. Stufe 1 ist noch schlechter geworden. Und so weiter. Man kann es jetzt mit jedem Ornament machen, außer natürlich die beiden, weil die verändern sich ja nicht. Bei den Fröschen gibt es dann entsprechend unterschiedliche Farben, wenn man das macht. Das heißt, man kann eine der Farben bekommen. Aber im Assstab ändern sich halt die Werte, beziehungsweise er kann perfekt werden. Bei dem Magieköcher ist es auch entsprechend, entweder kann er normal sein, rasch oder schwer, beziehungsweise perfekt. Und beim Sporn ist es entsprechend die Sekunden, die sich ändern. Man muss aber beachten, wenn man jetzt einen perfekten Eisstab haben möchte, kann das schon einiges kosten. Ich habe jetzt beim Vorbereiten, glaube mindestens 400 der Radiumbaren aufgebraucht, bis ich den perfekten Magieköcher und den perfekten Eisstab bekommen habe. Bei den Feenkisten ist es ein bisschen einfacher, da geht es schneller, aber wie gesagt, beim Magieköcher und dem Eisstab kann es schon in die Länge ziehen. Eine Sache gibt es bei den Feenkisten noch zu erwähnen. Diese können unterschiedliches Aussehen haben, aber das ist Save File abhängig. Das heißt, in einem anderen Speicherstand können die Feen anders aussehen. Ich würde jetzt die Fee von vorhin dazulegen, sodass man die vergleichen kann. Und ja, ansonsten unterscheiden sie sich jetzt in dem Speicherspielstand gar nicht. Ich würde jetzt nochmal schnell auf den anderen wechseln. So, packen wir das hier rein und man sieht, die ist ein bisschen lila im Vergleich zu der anderen, die eher hellblau war. Aber damit habe ich einen kurzen Überblick über die ganzen Ornamente gemacht. Ich hoffe, das wird hier ein bisschen unter die Arme greifen. Ansonsten weiterhin viel Spaß mit dem Spiel und bis zum nächsten Mal. Ciao!